Wir kennen das Problem seit 50 Jahren. Wir müssen endlich handeln. Der Planet wird kaputt. Stoppt die fossile Zerstörung. Doch wie noch nie. Warum stoppen wir das nicht endlich? Unsere Regierung muss die Verantwortung übernehmen. Wir müssen jetzt handeln. Firmen wie die OMV sponsern diese Ausstellung beispielsweise. Sie wollen sich eine reine Weste waschen mit solchen Förderungen, genau wie die Tabakindustrie.